Musik Ajo Bovan, meine Lieben, ich grüße euch einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich ein neues Thema rund um euer Freiheitsbusiness mitgebracht. Und zwar wollen wir uns heute mal über das Thema Facebook-Gruppen unterhalten und wie wir Facebook-Gruppen dazu nutzen können, um mehr Reichweite für unser Freiheitsbusiness zu bekommen, um Leute zu erreichen, die an unserem Angebot interessiert sind, Leute zu erreichen, die sich vielleicht in unseren Newsletter eintragen, zu unserem Workshop kommen, was auch immer, wie wir Facebook-Gruppen nutzen können, um organisch Reichweite aufzubauen. Und da sei gleich mit dazu gesagt, am allererfolgreichsten sind wir mit Facebook-Gruppen, wenn wir zum einen organisch abliefern und dann aber Anzeigen schalten, PPC-Anzeigen nutzen, um Leute in unsere Gruppe reinzubekommen. Das ist im Grunde der aktuell einzige mir bekannte Weg, wie Facebook-Anzeigen keine Geldverschwendung sind, nämlich indem wir Leute auch durch die Anzeige zu einem kostenfreien Inhalt einladen, unsere Facebook-Gruppe. Und dort müssen wir aber abliefern. Und da sei auch mit dazu gesagt, wenn meine Facebook-Gruppe sich nicht ohne Anzeigen füllt oder dort lebend drin in der Bude ist, ohne dass ich Anzeigen schalte, dann sind Anzeigen nicht die Lösung. Das ist generell etwas, was ihr euch am besten rot an die Wand schreiben solltet, wenn mein Business ohne bezahlte Anzeigen nicht funktioniert, funktioniert es auch nicht mit. Anzeigen sind quasi eine Möglichkeit, um unseren Erfolg, unser Business zu skalieren. Aber die Maschine muss erst mal geölt sein, die muss erst mal laufen, die muss erst mal funktionieren. Ja, und deswegen möchte ich heute darauf eingehen, welche zehn Tipps ich euch mitgeben kann, damit die Maschine eben erst mal ans Laufen kommt. Und dann kann man, wie gesagt, auch Ads nutzen, um ja den Erfolg zu skalieren. Das, was ich euch hier zeige, ist also für eure Facebook-Gruppe gedacht und alles kostenfrei, wenn wir es monetär sehen. Es ist häufig so, dass da, wo ich Geld spare, ich dafür proportional unverhältnismäßig Zeit rein investieren muss. Aber manchmal ist man eben in der Situation, wo man sagt, okay, ich habe im Moment Zeit, aber das Geld fehlt mir. Und dann kann man hier sich richtig rein vertiefen und Gas geben. Und mein Tipp Nummer eins ist, verwende eine aussagenkräftige Gruppenbeschreibung. Der Name ist wichtig. Der Name deiner Facebook-Gruppe sollte den potenziellen neuen Mitgliedern direkt schon mal eine Idee davon liefern, was überhaupt in der Gruppe passiert, was es dort gibt, was der Inhalt ist, was der Vorteil oder der Benefit davon ist, wenn ich jetzt in die Gruppe eintrete. Also schon durch den Namen muss mir klar werden, worum geht es und was habe ich davon, wenn ich dieser Gruppe beitrete. Man sollte keine Fantasienamen nutzen, auch wenn man sagt, es ist mein Markenname und den will ich pushen, den möchte ich bekannt machen. Aber die Leute wissen ja noch nicht, wer ist Schwurbelcoaching123. Was ist das? Wissen die Leute ja noch nicht. Und deswegen sollte der Gruppenname und auch die Gruppenbeschreibung sich einzig und allein darauf fokussieren, den Leuten mitzuteilen, worum es hier geht. Das auch ganz klar spitzpositioniert klar machen. Und vor allem auch sagen, was hast du davon, wenn du Teil dieser Gruppe wirst. Tipp Nummer zwei, poste regelmäßig und relevante Inhalte. Da bin ich vielleicht auch manchmal nicht das Paradebeispiel, was das regelmäßige Posten angeht. Aber dazu gibt es mittlerweile Möglichkeiten, wie man das Ganze automatisieren kann. Und da vielleicht ganz kurz mal diesen Heads-Up eingeschoben. Ich veranstalte ab dem 20.02. einen Workshop zum Thema Künstliche Intelligenz im Online-Business. Und du findest hier den Anmelde-Link unter go.onlinedurchbruch.com. Da findest du alle Links zu diesem Livestream, auch die Aufzeichnungen früherer Livestreams. Und unter anderem gleich oben der erste Link ist der Link zur Anmeldung zu diesem Workshop, wo wir dann drauf eingehen, wie man sowas automatisieren kann. Du musst dich natürlich heutzutage nicht mehr hinsetzen und stundenlang irgendwelche Posts verfassen. Du kannst das machen. Du kannst sie dir vorformulieren lassen und dann vielleicht noch ausfallen. Wichtig ist, dass du regelmäßig postest und relevante Inhalte. Also mein Mantra ist ja immer Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Und darum geht es dem Kunden. Wozu soll ich in eine Gruppe beitreten, um dann irgendwie den geistreichen Spruch des Tages mir anzuschauen? Den habe ich auch auf Instagram. Den habe ich wahrscheinlich in fünf anderen Gruppen, diese Zitate post. Gegen die nichts spricht. Man kann auch mal ein Zitat posten. Aber vor allem sind die Leute ja in deiner Gruppe, um Mehrwertinhalte rund um euer gemeinsames Thema zu bekommen. Dann biete sie ihnen. Und das vor allem regelmäßig. Ob jetzt einmal täglich. Ob jeden zweiten, dritten Tag. Oder manche Leute sagen, auch mehrmals täglich sollte man posten. Ich weiß nicht, was da die beste Strategie ist, weil sie muss vor allem zu dir passen. Regelmäßigkeit. Das ist hier das A und O. Zum einen für die Leute, damit sie wissen, aha, morgens um zehn ist Stefan-Time. Da gibt es einen neuen Livestream rund um interessante Themen zu meinem Freiheitsbusiness und dem Erfolg im Online-Business. Zum anderen ist es aber auch wichtig für den Algorithmus. Weil der Algorithmus dann mit der Zeit drauf trainiert wird, dass morgens um zehn ich den Stefan pushen sollte, weil da eben regelmäßig was stattfindet. Deswegen diese Regelmäßigkeit. Dann nutze vor allem visuelle Inhalte wie Bilder und Videos. Ja, Facebook ist natürlich auch dafür geeignet, um dort lange Texte zu schreiben. Und das kann man durchaus auch. Man kann ja einen langen Text schreiben und dann noch ein schönes Bild dazu oder vielleicht ein kurzes Video dazu machen. Auch hier ist es wieder so, dass wir zwei Parteien es recht machen wollen, nämlich einmal dem Nutzer. Und Nutzer mögen häufig eher ein schönes Bild oder ein Video. Vor allem, wenn sie hier in ihrer Scroll-Trance drin sind, werden sie von einem langen Text nicht angehalten oder aus dieser Scroll-Trance herausgerissen. Da ist ein schönes Bild besser, damit die Leute erstmal sagen, irgendwas ist denn das? Und dann lesen sie vielleicht den Text dazu. Und zum anderen ist es so, dass der Algorithmus visuelle Inhalte wie Bilder und Videos pusht. Und denen den Vorrang gibt gegenüber zu reinen Textposts. Und deswegen, selbst wenn du einen längeren Text mal posten möchtest, finde ein gutes Bild dazu. Und auch da gibt es übrigens im Workshop ein tolles Tool oder sogar mehrere tolle Tools, die ich euch vorstellen werde, die euch Bilder generieren. Wo ihr dann noch reinschreibt, Santa Claus, rutscht den Schornstein runter und dann macht euch eine Künstliche Intelligenz ein Bild dazu, das ihr lizenzfrei nutzen könnt. Und da müsst ihr gar nicht lange suchen. Ich zeige euch eine Datenbank mit Bildern, die von KIs erstellt wurden, die ihr lizenzfrei nutzen könnt, die fast alle so gut wie absolut echt aussehen. Also anmelden für den Workshop nicht vergessen. Link sage ich gleich nochmal, findet ihr aber auch in der Beschreibung hier zu diesem Livestream mit dazu. Tipp Nummer vier, fördere die Interaktion durch Fragen und Umfragen. Also zum einen kannst du ja so einfach als Text schreiben, hat jemand eine gute Idee, welchen Laptop ich wählen sollte? Oder du kannst ja auch die Umfragefunktion in Facebook-Gruppen nutzen. Und die werden sehr gut angenommen, weil die Leute einfach kurzen Klick machen müssen. Sie müssen gar nicht schreiben, sie müssen nicht, gerade wenn sie auf dem Handy unterwegs sind, dann ist es immer so aufwendig, da einen längeren Text reinzuschreiben. Mit so einer Umfrage kann ich schnell mal klicken. Du bekommst nützliche Informationen daraus über deine Zielgruppe, über deine Gruppenmitglieder. Und zum anderen sieht der Algorithmus, da ist Leben in der Bude. Auch wenn es nur ein Klick auf einen Button gewesen ist. Als nächstes, achte darauf, was gut ankommt und schaue deine Insights an. Und das vergisst, naja, nicht so gut wie jeder, aber es gibt sehr, sehr viele Gruppenbetreiber, die das vergessen. Auch auszuwerten, was hat denn Interaktion gebracht? Wo gab es Herzchen und Daumen hoch? Wo gab es viel Diskussion unten drunter? Sich an den Insights mal orientieren, zu welcher Uhrzeit denn vielleicht? Also ihr bekommt auf Facebook sehr viele Informationen, die leider sehr, sehr viele Gruppenbetreiber nicht nutzen. Und das macht den Unterschied. Dann verlinke auf deine Website und umgekehrt. Also, es sollte unter jedem Post irgendein Call to Action sein. Wenn du vielleicht demnächst einen Workshop veranstaltest, zwinker, zwinker, dann sollte dort ein Call to Action sein. Melde dich jetzt unter diesem Link an. Aber auch wenn du gerade im Moment nichts Neues hast, solltest du zumindest auf deine Website, vielleicht auf deinen Blog, vielleicht auf deinen YouTube-Kanal verlinken. Und umgedreht nach Möglichkeit auch. Du kannst selbst bei YouTube, kannst du ja im Kanal, kannst du Links, also Links, die rechts im Kanal sind, ihr wisst, was ich meine, kannst du einbinden. Und auf deiner Website sollte es auch überall solche Buttons geben. Komm in die Facebook-Gruppe oder mehr Infos dazu findest du in der Facebook-Gruppe. Verlinke also aus deiner Gruppe auf deine Website, aber auch von deiner Website in die Facebook-Gruppe, so dass dort ein kontinuierlicher Austausch stattfinden kann. Nutze Live-Videos, um die Interaktion mit der Gruppe zu fördern. Ihr könnt ja gerne mal gerade hier in die Kommentare, in den Chat was reinschreiben und mir mal Hallo sagen. Ich sage euch Hallo. Und das ist eben das Wichtige an Live-Videos. Wenn da Interaktion stattfindet, häufig ist es so, dass gar keine Kommentare kommen, dass da nur still zugeschaut wird. Dann ist das ja auch okay. Aber wenn da Kommentare kommen bei Live-Videos, ist genau das, was den Charme an Live-Videos ausmacht, dass man mit den Leuten interagieren kann. Und dann solltest du das auch machen, wenn da Kommentare reinkommen. Hier bei StreamYard kann ich sie einblenden. Jetzt kommen leider keine, sonst würde ich das jetzt einfach mal demonstrieren. Aber es ist manchmal so. Und das ist auch wichtig zu sagen zu Live-Videos. Lasst euch davon nicht frustrieren, wenn da auch einfach mal nichts kommt. Und hier haben wir was. Facebook-User sagt Hallo, bist du live? Ja, ich bin live. Ich bin tatsächlich hier. Facebook-User kann ich jetzt leider hier nicht anzeigen. Bei StreamYard gibt es da eine Anleitung, wie ihr dafür sorgen könnt, dass StreamYard auch eure Daten bekommt, um die hier anzuzeigen. Aber das will man ja häufig nicht. Deswegen, lieber Facebook-User, liebe Facebook-Userin, ja, wir sind live. Genau, nutze Live-Videos, weil A, auch wieder der Algorithmus das mag und pusht. Facebook möchte gerne gegen andere Plattformen, was das Thema Live angeht, so ein bisschen anstinken oder möchte da auch ein bisschen größer werden. Deswegen wird live schon mal vom Algorithmus an sich mehr gepusht. Und dann ist es eben auch genau diese Interaktion, dass ich mal sagen kann, wie findet ihr das? Was wollen wir hier, das sind jetzt eher so die klassischen Live-Streamer auf Twitch oder so, was für ein Video wollen wir uns als nächstes anschauen? Was für ein Thema habt ihr? Gibt es dazu noch Fragen? Wenn ja, dann jetzt in den Chat, dann beantworte ich euch die gerne. Das ist das, was eben das Live für den Teilnehmer in der Gruppe so charmant macht. Und wie gesagt, der Algorithmus pusht live, weil, ja, Facebook da, Twitch und Co. ein bisschen was abnehmen möchte. Jetzt weiß ich, dass du wirklich live bist. Grüße von Norbert. Hi Norbert, ich grüße zurück. Ja, manchmal spiele ich euch hier ein altes Video auch mal aus, wenn ich eben um zehn einen anderen wichtigen Termin habe oder vielleicht auch die Technik mal nicht klappt. Ich habe ja hier das Internet. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich kriege immer wieder so die Meldung. Da oben kriege ich es angezeigt, dass das Internet schon wieder so am Runtergehen ist. Und wenn es dann hier gewittert und stürmt und alles, dann sende ich auch mal eine Aufzeichnung. Aber jetzt sind wir gerade live. Ja, dann, achter Tipp. Involviere Influencer oder andere bekannte Personen, um die Reichweite zu erhöhen. Das heißt, lade aktiv Leute aus deiner Nische ein. Influencer ist jetzt so ein Begriff. Selbst Influencer mögen diesen Begriff nicht. Ich sage mal eher so die Wortführer, Redelsführer. Naja, ihr wisst, was ich meine. In eurer Nische gibt es sicherlich auch Persönlichkeiten, die gut vernetzt sind, die tolle Inhalte rausgeben, die Gott und die Welt kennt und die Gott und die Welt kennen. Und ja, dann ladet doch diese Leute persönlich ein, in eurer Gruppe teilzunehmen. Macht das wirklich persönlich, weil ich kann euch sagen, ich bekomme pro Tag mindestens 20 Einladungen, in irgendeiner Gruppe beizutreten, wo ich gar nicht weiß, was ist das. Ich kenne vielleicht die Person, die diese Gruppe startet. Es ist dann ein bisschen schöner, wenn man dann auch persönlich angeschrieben wird und sagt, hier, ich habe gesehen, du bist auch in diesem Thema unterwegs und ich finde deine Posts immer so genial. Ich möchte dich einladen, hier auch in der Gruppe teilzunehmen. Ich würde dich auch dafür freischalten, dass du auch gerne mal was von dir dort reinposten kannst. Achtet halt drauf, dass es nicht zu einer Werbegruppe wird und die Gefahr besteht leider. Also ihr solltet die Leute dann auch schon gut kennen und euch mit ihnen abstimmen. Aber ladet sie gerne ein, auch mal was reinzuposten. Das ist eine Win-Win-Win-Situation. Und darum geht es ja letzten Endes. Wenn wir so eine Gruppe machen, wenn wir da Reichweite aufbauen wollen, dann geht es ja um eine Win-Win-Win-Situation. Es geht nicht darum, irgendeinen Schmodder ins Internet rauszuplänen, um einfach nur irgendwie den Algorithmus zu befriedigen. Nein, es geht ja darum, dass unsere Gruppenmitglieder wertvolle Inhalte bekommen, dass sie Mehrwert bekommen. Für denjenigen, der reinpostet, der bekommt Reichweite und ihr mit eurer Gruppe natürlich auch. Also das ist eine Win-Win-Win-Situation, wenn man es richtig anstellt. Dann Tipp Nummer 9. Nutze Veranstaltungen, um die Interaktion und die Reichweite zu erhöhen. Also ihr könnt ja in eurer Gruppe Veranstaltungen anlegen und dann macht ihr mal einen Stream-Abend oder ihr macht einen Workshop oder ihr macht einfach mal einen offenen Zoom-Call zu eurem Thema. Das habe ich am Anfang auch häufig gemacht. Ihr müsst natürlich überlegen, was zu euch passt, was auch zum Thema passt. Wenn es jetzt wirklich so intime Coaching-Themen sind, wo es um Depressionen oder sowas geht, dann ist eine offene Fragerunde vielleicht nicht das richtige Format. Aber auch das kann man natürlich mal ausprobieren. Ja, Mark Zuckerberg einfach mal einladen, in der Gruppe teilzunehmen. Wenn er denn kommt, dann können wir mal über die Privacy Policy bei Facebook und so sprechen. Ja, also nutzt Veranstaltungen. Da habe ich festgestellt, dass Facebook da Probleme hat mit der Zeitumrechnung. Also ich muss immer eine Veranstaltung anlegen, dann muss jemand aus Deutschland gegenchecken. Gott sei Dank habe ich da Leute, die einfach mal schnell auf unkompliziert da reingucken können und mir sagen, was ihnen für eine Uhrzeit angezeigt wird. Ich habe gemerkt, Facebook hat da Probleme, wenn man verschiedene Zeitzonen nutzt. Aber das blenden wir jetzt einfach mal aus, dieses Problem. Nutzt Veranstaltungen, um die Leute auf Events aufmerksam zu machen und bietet natürlich auch was. Also nicht einfach nur eine Veranstaltung anlegen, heute ist Freitag, juhu, sondern da muss natürlich auch was geboten werden. Aber vielleicht ein Livestream, ein offener Call, ein Workshop, was auch immer. So, und schließlich mein Tipp Nummer 10. Nutze Teilen, um die Verbreitung von Beiträgen zu fördern. Zum einen nutze das Teilen von Posts von anderen Leuten, die du vielleicht bei dir im Stream angezeigt bekommst, weil du in deren Gruppe bist oder vielleicht sie es auch in ihrem privaten Profil gepostet haben. Nutze also dort das Teilen, um in die Gruppe zu teilen und ja, da so ein bisschen Support zu geben. Glaubt mir, wer Support gibt, bekommt auch Support. Nicht immer von allen Menschen. Es gibt auch Leute, die nur den Support von euch nehmen wollen, wie so Energiewampire und selber nicht supporten. In aller Regel kann man aber sagen, wenn ihr andere supportet, werdet auch ihr supportet. Das ist Punkt Nummer 1. Und jetzt die andere Richtung, der Teilenbutton. Wie oft, und ihr könnt mir ja hier gerade mal gerne in den Chat reinschreiben, wie oft ihr das schon erlebt habt, dass jemand einen total genialen Post hat, den ihr gerne teilen wollt und dann ist die Teilenfunktion aber deaktiviert. Dann könnt ihr da gar nicht auf Teilen klicken. Ab und an passiert es dann nochmal, dass man diese Person anschreibt und fragt, du, könntest du das Teilen aktivieren? Ich würde das gerne für dich teilen. Aber hey, das ist ja wie, wenn wir den Vorwerkvertreter bitten, dass er uns mal eine Präsentation macht, weil wir wollen Staubsauger kaufen. Wir wollen ja dem anderen was Gutes machen und er hat die Teilenfunktion deaktiviert. Häufig aus Unwissenheit. Deswegen achtet drauf, dass ihr in eurer Gruppe den Teilenbutton aktiviert habt. Wenn Leute euch supporten wollen, dann sollten sie es auch tun können, ohne dass sie wiederum dadurch Unannehmlichkeiten haben und euch dann anschreiben müssen. Und hier, ja, kommt manchmal vor und ist, denke ich, ein ganz großer Lapsus, weil in den meisten Fällen ist es den Betreibern dieser Gruppe gar nicht bewusst, dass man ihre Beiträge nicht teilen kann. Checkt das also mal mit irgendeinem Bekannten, irgendeiner Bekannter, die in eurer Gruppe ist, bevor es richtig Bass in eurer Gruppe gibt. Also bevor da richtig viele Leute reinkommen, checkt auch das mal gegen. Lasst einen Bekannten, eine Bekannte mal schauen, funktioniert der Teilenbutton? Darf man meine Beiträge teilen? Und wenn nicht, warum nicht? Sollte man? Ja, ihr Lieben, das sind meine zehn Tipps rund um die Frage, wie wir mit einer Facebook-Gruppe Reichweite bekommen. Und ich weise euch noch einmal darauf hin, dass ich ab dem 20.02. einen Workshop veranstalte, rund um das Thema, wie wir KI, künstliche Intelligenz, in unserem Online-Business nutzen können. Beispielsweise, um regelmäßig Posts zu haben. Die Frage erübrigt sich, was soll ich denn heute posten? Ich zeige euch in diesem Workshop, wie ihr euch eine kilometerlange Liste von Themen machen lassen könnt und dann der KI sagt, verfasse mir bitte einen Facebook-Post von 500 Worten zu diesem Thema. Bam! Habt ihr euren Post des Tages fertig? Es ist kein Problem mehr, regelmäßig in einer Gruppe zu posten. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr in meinem Workshop und den Link zum Workshop findet ihr unter go.onlinedurchbruch.com slash live. Ihr habt es auch hiermit in der Beschreibung beim Livestream mit dabei. Da ist der Link auch zur Anmeldung zu diesem Workshop dabei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, weil neben diesem Generieren von Posts haben wir so viele Sachen. Schaut einfach nochmal das Video von gestern beispielsweise nach oder das von vorgestern. Da habe ich ein paar Tools und Methoden schon mal vorgestellt. Und da gehen wir in die Tiefe bei diesem Workshop. Meldet euch an. Die Teilnehmerzahl ist auf 150 begrenzt. A, weil ich da eine technische Einschränkung hier habe, so wie ich es machen möchte. Und B, weil ich natürlich nicht Gott und die Welt all die genialen Tricks offenbaren möchte, die wir nutzen können. Zwinker, 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 nein. Meldet euch aber an und ich würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr morgen um 10 wieder hier mit am Start seid, wenn ich ein weiteres interessantes Thema rund um euer Freiheitsbusiness und euren Erfolg im Online-Business dabei habe. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal einen genialen Tag. Macht es gut, ihr Lieben. Bis morgen. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.